Hallo Matthias, dies ist ein Video über Ihren Adapter mit einem Chip. Ich werde jetzt den Adapter in meiner Kamera überprüfen mit meiner Kamera Lins mit Kontakts-Bajonett. Ich installiere Adapter und ich ich installiere objektiv mit adapter in meinem kamera den chip habe ich so programmiert brennweite 50 mm blende 1 und 8 vielleicht vielleicht gibt es bei ihrer canon kamera für die mark 2 dieser hebel dieser hebel las den spiegel beim fokussieren auf unendlich nicht hoch wenn ihre kamera dieses problem hat entfernen sie diesen hebel ich packe jetzt deinem adapter und schicke in vielen dank für ihren kauf und danke für ihre aufmerksamkeit